Kann man mal wer ab und zu an meinen Hund schauen, dass der da drin bleibt, bitte schön. Bloß einmal kurz schauen, normal bleibt er drin. Ich habe gesehen, wo der Kaiowal war. Ich habe es nicht mehr versucht. Ich habe mir relativ eng zum Hören, aber manchmal kommt er mir halt auch aus. Den Zimmer, den habe ich so hingebracht. Ich habe eigentlich alles so hingebracht, wie ich mir das vorgenommen habe. Das haben wir auch so, genau. Warum ist es jetzt? Ach so. Passt schon, wir müssen einmal noch so rum und dann wechseln. Nein, ihr sagt, passt schon, mein Bildschirm ist schwarz, wenn ich meine Maske habe. Das war super. Ich bin auch nicht mehr hingekommen. Du warst super beim Hund. Das sagt. Ja, wir brauchen.